Hallo, mein Name ist Bettina Schwab, ich bin die fachliche Leitung des Telefonseelsorge Berlin e.V. Unsere Telefonseelsorge ist seit 1956 für Menschen in Not da. Mit uns können Sie über alles sprechen, was Ihre Seele belastet. Wir sind offen für jedes Lebensthema bis hin zu massiven Krisen und den Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen Ihnen 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. Alle Gespräche sind dabei anonym, streng vertraulich und kostenlos. Wenn die Seele schmerzt, kann Sprechen helfen. Ein Anruf bei uns ist dabei oft der erste Schritt aus der Isolation. Wir hören Ihnen unvoreingenommen und vorurteilslos zu, sind für Sie da und begleiten Sie in Ihrer jeweiligen Situation. Wir von der Telefonseelsorge Berlin sind seit fast 65 Jahren für Sie da. Wir wählen unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgfältig aus und bereiten Sie durch eine intensive Ausbildung auf die Tätigkeit am Telefon vor. Zudem begleiten wir Ihre Tätigkeit durch regelmäßige Supervision und Fortbildung. Wir sind offen für alle Anruferinnen und Anrufer, unabhängig von religiöser oder politischer Anschauung von Herkunft, Nationalität oder Geschlecht. 458ам 459 459 99 90 90